Musik Für mich ist die Farbe Freiheit weiß oder so ein Babyblau. Für mich ist der Vogel die Freiheit. Also ich würde sagen, zur Freiheit würde ein Hund sehr gut passen. Ein Regenwurm. Also ich fühlte mich eingeschränkt, weil in den Corona-Zeiten konnten wir nirgendwo hinfahren. Und wir konnten auch nicht unsere Großeltern besuchen und dadurch fühlte ich mich eingeschränkt. Wenn man sich gerade ein paar Chips holt und man kann das zu wenig, weil die Eltern sagen, nein, das reicht. Und wenn man sich dann einen Film anguckt und man hat dann zu wenig Chips, dann muss man immer aufstehen. Entweder haben die Eltern alles aufgegessen oder man darf nichts mehr. Ich fühl mich eingeschränkt, weil ich nur eine halbe Stunde Spiele spielen darf auf dem Computer. Es hat Spaß gemacht, heimlich in der Nacht Minecraft zu spielen. Man hat so ein leichtes kribbelnden Bauch und hofft, dass man nicht erwischt wird. Die Eltern meckern dann rum und erlauben einem Sachen zum Beispiel nicht mehr, dass man nicht mit Freunden rausgehen darf mehr. Also Rot ist für mich die Farbe Unfreiheit. Weil Rot die Farbe der Vorsicht ist, bei einer Ampel stehen bleibt. Die Farbe für Einschränkung ist für mich Grau. Gitterstäbe. Gefängnisse. Hier, was für mich einstrengend ist, ist der Borkenkäfer. Ich würde sagen Hamster. Nutztiere. Ich meine damit, Nutztiere wie Schweine oder Kühe sind ja meistens auf dem Land in Käfigen eingesperrt. Untertitelung des ZDF. Hallo! Hallo! Das Ziel könnte Freiheit sein oder auch nicht. Kann das Ziel Liebe sein? Das Ziel könnte sein, dass man das darf, dass Männer Männer lieben und Frauen Frauen. Das Ziel könnte auch Mut sein oder die Fröhlichkeit. Wenn eine Frauen wohnt mit einem Bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020